Ich wusste gar nicht, dass Sie leidenschaftlich gerne kochen. Griechische Buchstaben. Notieren Sie sie, mein lieber Freund. In Ordnung, Holmes. Untertitelung des ZDF, 2020 In Ordnung, Holmes. Ausgezeichnet. Eine Rudergabel. Ausgezeichnet. 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 Untertitelung. BR 2018 Er ist nutzlos. Süßigkeitenpapier, das einem Schüler aus der Jackentasche gefallen ist. Diese Jacke gehört dem jungen James. Untertitelung. BR 2018 Der Türgriff wurde entfernt. Der Türgriff wurde entfernt. Er ist nutzlos. Er ist nutzlos. Untertitelung. BR 2018 Eine Schachtel mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. Eines der griechischen Bücher ist aufgeschlagen. Vielleicht der Stoff der letzten Unterrichtsstunde. Alles deutet auf jemanden hin, der nicht will, dass man diesen Schrank öffnet. Was Grund genug ist, ihn zu öffnen. Schüler James hat den Griff zum Süßigkeitenschrank gestohlen, damit er sich dort nach Lust und Laune bedienen kann. Wenn wir seinen Tisch finden, finden wir auch den Griff. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Mit Hilfe dieses Sitzplans finden wir vielleicht heraus, an welchem Tisch James sitzt. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Gut, öffnen wir James' Tisch. Ausgezeichnet. Eine Schachtel mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. Das war's für heute. Die Uhr steht auf 18 Uhr. Interessant. Der Big Ben. Richter Beckett hat in London geheiratet. Und zwar am Morgen, da es erst 10 Uhr ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020